Kinder! Welche Nummer wählt ihr, wenn ihr Hilfe braucht? 110! Genau, richtig! Und wenn's brennt? 112! Perfekt! Ja, Hanna? Und wo rufen sie an, wenn sie ihren Personalausweis erneuern müssen? Und wenn sie sich oder ihr Auto ummelden wollen? Und wenn sie heiraten wollen? 115! 115. Wir lieben Fragen. Da werden 65% aller Fragen gleich beim ersten Anruf beantwortet. Die beantworteten den Anruf innerhalb von 30 Sekunden. Wow!